Du kannst mir einen großen Gefallen tun. Du kannst die zwei Briefe für mich abgeben. Sie sind für den Weidel, Weidel der Schriftsteller. Und wohin? Unseil. Er suchte ein Hotel, etwas, wo er Ruhe finden, wo er sich verstecken konnte. Am Morgen würde er die Sachen des Dichters im mexikanischen Konsulat abgeben und vielleicht einen Finderlohn erhalten. Nur dann... Irgendwas wird sich auftun. Die beiden Visa, eine Geldanweisung. Es gibt keine direkte Verbindung nach Mexiko. Sie brauchen Transits. Und da sah er sie. Der schwarzer, eleganter Mantel, die feinen Schmur, der müde Gang. Er hat mich vergessen. Ja. Mein Mann. Was ist für mich? Die beiden 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 bleiben. Der schwarzer, viele Menschen.